Hey Jumba, wir sind unterwegs in den Slums von Stray. Ich zeige dir in diesem Video, wo du alle Teile für den Händler herbekommen kannst, damit du diese gegen die Teile eintauschen kannst, die der Händler anbietet. Insgesamt musst du vier Energy Drinks besorgen und einmal Spiritus. Als erstes kümmern wir uns um die Drinks und danach um den Spiritus. Ich beginne stets beim Wächter. Das Video hier hat Kapitel so, dass du zu dem Teilspringen kannst, das dir vielleicht gerade noch fehlt. Der erste Drink ist auch direkt hier in der Nähe des Musikers. Der zweite Drink ist schon etwas weiter weg, aber der Automat steht immerhin noch auf der Straße. Der dritte und gleich auch der vierte Automat sind deutlich schlechter zu finden, weil beide nicht auf der Straße stehen. Wenn du hier diesen Rossi triffst, bist du auf jeden Fall richtig. Hier müssen wir nun einmal nach oben. Hier oben entdecken wir einen Balkon mit einem Automaten, der uns dann den nächsten Drink spendiert. Von hier aus gehe ich nun nicht zurück zum Wächter, sondern direkt zum vierten Automaten. Dafür müssen wir hier weiter nach oben. Jetzt einmal drehen und da vorne haben wir den Automaten auch schon. Damit haben wir nun alle vier Dosen zum Eintauschen. Jetzt brauchen wir nur noch den Spiritus. Dafür müssen wir zur Wäscherei. Die Wäscherei ist nicht allzu weit von dem Wächter entfernt. Wie du siehst, stehen wir vor verschlossenen Türen. Leider lässt uns der Inhaber der Wäscherei einfach nicht rein. Also müssen wir dafür sorgen, dass er die Tür aus einem anderen Grund öffnet. Diese Typen hier werfen sich Farbeimer zu. Wenn wir ihn ansprechen, erfahren wir, dass er sich konzentrieren muss, um nicht ein Eimer fallen zu lassen. Also sorgen wir durch ein Miauen dafür, dass er kurz abgelenkt ist. Das Resultat ist auf jeden Fall in unserem Sinne, denn nun ist die Tür offen und wir laufen mal eben nach unten. Hier in der Wäscherei bekommen wir nun auch den Spiritus. Du hast nun alle Teile und somit kann es jetzt zurück zum Händler gehen. Hier bei dem Händler kannst du nun alles, was du gefunden hast, gegen die Teile, die der Händler anzubieten hat, eintauschen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß dabei. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal in Stray. Die Codes da unten sind für dich. Du kannst bei der ersten Bestellung 5 Euro sparen oder 10% bei jeder Bestellung. Einen Link zum Holy Shop findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir viel Spaß beim Energieeinkaufen.